hallo und schön dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen video es geht heute um einen schönen sonntagsvlog heute haben wir super schönes wetter bei uns und das lädt natürlich ein nicht nur zu hause herum zu sitzen sondern sich auch ein bisschen draußen in der natur zu bewegen und da haben wir uns überlegt wie es so schön ist gehen wir heute auf einen markt da gibt es einen frühlingsmarkt bei uns der jetzt heute stattfindet passend zum frühling also ja make up ausgesucht das ist die neue palette von kaleidos die ich mir letztens zugelegt habe ich freue mich da riesig drüber ich kann euch ein foto davon einblenden ich mag die palette echt sehr gerne und letztens hat mich eine zuschauerin gefragt ob ich nicht irgendwie die pastellpalette von natasha denona ob die nicht auch was für mich wäre theoretisch ja aber praktisch habe ich pastelltöne auch in anderen paletten und kann mich damit ein bisschen durch den frühlingen wie durch helfen ja also sehr sehr frühlingshaft und was für mich einfach zu frühling dazu gehört sind diese pastelltöne nicht nur bei den lidschatten sondern eben auch hier bei der kleidung und ich habe hier was total schönes bekommen von oceans apart ich durfte mir wieder ein paar sets aussuchen und ja ich habe ein bisschen was gemixt was ich heute an habe zeigt euch jetzt aber die sets im einspieler ich schwenke das jetzt ein bisschen auf die seite dann kann ich euch das zeigen und zwar ich habe mir ein wunderschönes pastellset ausgesucht in einem sehr sehr schönen lila ton da gehört dazu auch eine base cap und es ist ein haargummi dabei es ist ein pulli dabei es ist ein bra dabei und eine sehr sehr bequeme hose ich blende euch natürlich auch immer ein wie die einzelnen sets heißen falls die euch interessieren ihr euch die anschauen wollt auf der homepage kann ich euch empfehlen unten in der infobox ist natürlich alles verlinkt und dieses set schreit für mich frühling was mir auch wahnsinnig gut gefällt sind solche basic teile in schwarz zum beispiel das ist das andere set was ich mir ausgesucht habe da gibt es eine wunderschöne leggings mit so kleinen ausschnitten drin zeige ich euch auch noch mal ein bisschen detaillierter die ist total raffiniert und sehr sehr bequem ein bra sehr schön ein shirt ist dabei und ich mag diese dunklen teile auch sehr gern weil die sich hat auch mit den knalligen teilen oder pastell sachen sehr sehr schön kombinieren lassen und auch sehr alltagstauglich sind ich habe heute zum beispiel eine mischung daraus anders ich habe heute eine schwarze leggings an den schwarzen bra an und eben das pastellige oberteil also eine schöne mischung gesetzt nachher sicher auch noch auf dem markt wenn ich nachher gleich aussteigen werde und noch ein weiteres set habe ich mir ausgesucht und das ist in so einer schönen bärenfarbe da möchte man am liebsten reinbeißen erinnert an waldbeeren ich weiß es nicht das ist einfach so so schön und besonders die leggings ist so bequem und gefällt mir sehr gut das oberteil ist einfach nur komfortabel und angenehm und dann gibt es ganz witzigen kurzpulli drüber der ist auch richtig toll an den aumeln der hat so wie sagt man da wo man den daumen so rein kann also sehr sehr gemütlich und an dieser stelle noch mal vielen herzlichen dank an das liebe team von oceans apart dass sie die sachen ausprobieren darf und die euch zeigen darf ich habe auch einen tollen rabatt code bekommen dann blende ich euch jetzt ein und mit diesem rabatt code könnt ihr natürlich noch einiges sparen mit dem code nina wien bekommt ihr ab einem mindestbestellwert von 79 euro zwei weitere artikel gratis geschenkt damit zahlt ihr zwei setz zum preis von nur einem und spart quasi 50 prozent ihr könnt also insgesamt vier artikel von 79 99 shoppen und zeit pro artikel nur ca 19 euro im free gift chooser vorbeischauen lohnt sich ihr könnt zum beispiel artikel auswählen die ich euch im video gezeigt habe ich verlinke euch alles unten in der infobox da kommt ihr zur seite und könnt auch die rabatte nutzen ich wünsche euch ganz ganz viel spaß beim stöbern so aber jetzt sind wir ja nicht nur hier um hier zu sitzen sondern wir sind ja auch hier um den markt zu besuchen und da gehen wir jetzt auf den markt und ich freue mich ganz besonders ein stand ist von einer ganz ganz tollen frau und zwar von der inhaberin von floronaturkosmetik die ihre produkte anbietet und ich freue mich jetzt da schon riesig drauf sie jetzt an dem stand gleich besuchen zu können musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020